Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video schauen wir uns eine Exponentialgleichung an, die mit anderen Zahlen, aber im selben Stil, eine Aufnahmeprüfung von der Universität Cambridge war. Die Gleichung lautet so hier, 5 hoch x minus 2 mal Wurzel 5 hoch x plus 2 plus 21 ist gleich 0. Das hier ist ganz klassisch eine Exponentialgleichung, weil das x, also die Zahl, nach der wir die Gleichung umstellen wollen, nur im Exponenten vorkommt. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, um Exponentialgleichungen zu lösen. Die einfachste Methode wäre das Logarithmieren, weil der Logarithmus immer die Frage nach dem Exponenten beantwortet. Und an den Exponenten wollen wir ja rankommen. Nur leider hilft es uns hier nicht weiter sofort zu logarithmieren, da der Logarithmus jede Rechenoperation 1 abschwächt. Aus einem hoch wird ein mal, aus einem mal wird ein plus, aber was wird aus einem plus? Wir kennen nichts Schwächeres als die Strichrechnung. Das heißt, hier den Logarithmus anzuwenden, würde uns nicht dabei helfen, den Logarithmus von jedem einzelnen Summanden zu bekommen. Das heißt, das Logarithmieren müssen wir erstmal auf die lange Bank schicken, das wird uns jetzt sofort noch nicht weiterhelfen. Eine zweite Methode, die auch sehr oft funktioniert, ist das Ausklammern und dann in dem Zusammenhang auch das Umstellen. Allerdings wird hier das Ausklammern uns auch nicht weiterhelfen, denn, naja, wenn wir diese 21 von mir jetzt auf die andere Seite rüberziehen und uns vielleicht dieser plus 2 im Exponenten noch entledigen, haben wir trotzdem noch verschiedene Basen. Wir können das auch gleich ganz einfach auflösen, müssen wir sowieso noch machen. Dann haben wir aber verschiedene Exponenten, wenn wir es hinbekommen, die Basen gleich zu machen. Das bedeutet also, nach dem Ausklammern werden wir immer noch mehrere x überhaben und das kriegen wir dann einfach nicht zusammengefasst. Das bedeutet, auch das Ausklammern ist hier keine Option. Es gibt aber noch eine Methode, die sehr oft zur Lösung führt. Und zwar, wenn wir das Ganze als eine quadratische Gleichung auffassen. Es ist nicht so, dass es immer möglich ist, die als quadratische Gleichung aufzufassen, aber speziell hier ist es möglich. Denn wenn wir uns diese Wurzel zum Beispiel mal umschreiben, eine zweite Wurzel steht für eine hoch ein Halb, eine dritte Wurzel für eine hoch ein Drittel, eine vierte Wurzel für eine hoch ein Viertel und so weiter, dann wird das Ganze so hier aussehen. 5 hoch ein Halb x plus 2. Und laut Potenzgesetzen dürfen wir verschiedene Exponenten miteinander multiplizieren. Also die eine Halb wird sowohl an das x dran multipliziert, als auch an die 2. Und jetzt würde ich gerne noch diese plus 1 hier als, ähm, also einfach abspalten, ja. Aber das reicht theoretisch jetzt auch schon, um zu sehen, dass wir eine Art quadratische Gleichung haben in 5 hoch ein Halb x. Das ist der Kniff an der ganzen Aufgabe. Aber gut, eins nach dem anderen. Lass uns erst diese plus 1 noch wegbekommen und uns dann um die Lösung von dieser Gleichung kümmern. Ein anderes Potenzgesetz besagt, das können wir gerne nochmal hier unten aufschreiben, ähm, wenn wir die gleiche Basis mit verschiedenen Exponenten hätten, sowas wie a hoch n mal a hoch m, dann können wir die Basis gleich lassen und einfach nur die Exponenten addieren, ne. Aus einem Mal in der Basis wird ein Plus im Exponenten. Und wir machen das genau umgedreht. Mit dieses Plus lösen wir einfach wieder auf zu einem Produkt. Wir sagen 5 hoch ein Halb x mal 5 hoch 1, also mal 5. So, und das, was ich gerade gesagt habe, dass wir hier so eine quadratische Gleichung bezüglich 5 hoch ein Halb x haben. Es ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich auf den ersten Blick, aber wenn du das als Lösungsmethode für Quadratische, für Exponentialgleichungen auf dem Schirm hast, dann wirst du einfach deinen Methoden, deinen Werkzeugkasten beim Lösen vielleicht durchgehen und sagen, logarithmierend funktioniert, ausklammern ist ja auch keine Option, aber klappt das vielleicht, das als eine Art quadratische Gleichung aufzufassen? Naja, und nach der Umformung, schreiben wir es nochmal auf, ist es vielleicht besser ersichtlich. Dann haben wir ja nämlich sowas wie minus 2 mal 5 hoch ein Halb x mal 5 plus 21 ist gleich 0. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen, wie hier 2 mal 5 ist eine 10. Wir dürfen die Reihenfolge vertauschen. Und tatsächlich, wenn wir diesen Term hier quadrieren, das können wir auch nochmal hinschreiben, wenn wir sowas haben wie 5 hoch ein Halb x und wir quadrieren das Ganze, dann nach dem gleichen Prinzip wie eben, wenn wir verschiedene Potenzen haben, dürfen wir die multiplizieren, da kommt tatsächlich 5 hoch x raus. Also ja, der Term hier vorne ist das Quadrat von diesem Term. Und wenn du das erkennst, dass der hier vorne das Quadrat von dem zweiten ist, fassen wir auch 2 mal 15 oder 10 zusammen, haben wir hier 5 hoch ein Halb x, dann haben wir eine quadratische Gleichung. Klar, jetzt nicht quadratisch bezüglich x, aber quadratisch bezüglich 5 hoch ein Halb x. Was jetzt oft in der Schule gemacht wird, ist diesen Term, dieses 5 hoch ein Halb x zu substituieren mit z oder mit u oder irgendeinem anderen Buchstaben. Und dann würde hier sowas stehen wie z, also das ist z quasi, und der gesamte Term wäre dann z Quadrat. Dann würde da stehen z Quadrat minus 10z plus 21 gleich 0. Und spätestens jetzt denken viele an sowas wie pq-Formel zum Lösen der quadratischen Gleichung. Und genau das wäre ein möglicher Weg, an dieses z ranzukommen. Allerdings würde man dann am Ende das z wieder ersetzen durch 5 hoch ein Halb x und diesen ganzen Schritt mit substituieren, pq-Formel rücksubstituieren, den kannst du dir abkürzen, indem du einfach gleich die pq-Formel benutzt. Du musst nicht erst substituieren, das würde man nur tun, um wirklich eindeutig zu sagen, ah, jetzt verstehe ich das, das ist wirklich eine quadratische Gleichung, jetzt sehe ich es auch. Aber spätestens hier sieht man es auch. Das ist nämlich die quadratische Gleichung bezüglich dem Term 5 hoch ein Halb x. Und die pq-Formel sagt, dass wir solche quadratischen Terme ganz einfach auflösen können, indem wir einfach nur mit dem p, mit diesem Vorfaktor hier, und dem q, diesem Absolutglied hier, arbeiten. Du kannst dir natürlich die pq-Formel auswendig einprägen. Meine Empfehlung ist, dass du das Ganze intuitiv angehst. Bei der pq-Formel funktioniert das nämlich immer so, dass von dem p das Vorzeichen geändert wird, aus Minus wird Plus, aus einem Plus würde ein Minus, ja, ein Plus hinschreiben, und dieser p-Wert wird noch halbiert. Die Hälfte von 10 ist 5, also wenn hier eine Minus 10 steht, steht hier unten eine Plus 5. Plus Minus Wurzel aus. Das erste, was unter der Wurzel steht, ist der vordere Term zum Quadrat. 5 Quadrat ist 25. Und das Einzige, was noch fehlt, ist dieses q mit geändertem Vorzeichen. Wenn hier eine Plus 21 steht, schreibst du hier eine Minus 21 hin. Und umgedreht steht hier eine Minus 21, schreibst du hier hin Plus 21. Ich persönlich habe mir das immer so gemerkt, dass sowohl vom p als auch vom q die Vorzeichen geändert werden. Nur eben noch mit dem Zusatz hier die Hälfte zu nehmen, den noch zu quadrieren. Aber wenn du das im Kopf hast, dann brauchst du die Formel nicht mehr. Versuch es intuitiv anzugehen, dann hast du auch keine Probleme mehr mit eventuellen Doppelbrüchen in anderen Aufgaben. Aber gut, eins nach dem anderen. Jetzt lass uns erst mal das noch ausrechnen. 25 Minus 21 ist 4. Und die Wurzel aus 4, das ist gleich 2. Alles klar, wir haben hier also 5 Plus bzw. Minus 2. Das sind zwei verschiedene Fälle. Der erste Fall besagt, dass 5 hoch 1 halb x gleich 5 plus 2 ist, also 7. Und der zweite Fall, ich glaube ich schreibe den einfach mal hier unten auf, aus Platzgründen. Der zweite Fall besagt, dass 5 hoch 1 halb x gleich 5 minus 2, also eine 3 ist. Das einzige, was wir noch machen müssen, ist jetzt diese beiden Gleichungen jeweils nach x umzustellen. Und da können wir wieder mit unserem Methodenkasten anfangen. Klappt denn hier das Logarithmieren? Ja, natürlich. Jetzt haben wir nämlich nur noch einen Summanden auf jeder Seite, auch nur noch ein einzelnes x. Hier können wir direkt mit dem Logarithmus angreifen. Und zwar würde ich vorschlagen, nimm einfach den Logarithmus zur entsprechenden Basis. Du kannst es auch mit dem natürlichen Logarithmus machen, aber die entsprechende Umformung, die kannst du auch nachträglich noch machen. Die musst du nicht sofort machen. Sogar ein bisschen angenehmer, wenn du es auf diese Weise hier angehst. Also den Logarithmus zur Basis 5. Oder anders gesagt, wir suchen den Exponenten von der Basis 5. Und der Exponent von der Basis 5 ist auf der linken Seite ein halb x. Und auf der rechten Seite, naja, steht Logarithmus Basis 5 von 7 mit anderen Worten der Exponent, dem wir der Basis 5 geben müssen, sodass 7 als Ergebnis rauskommt, wenn man das mal ausformulieren möchte. Das ist die Bedeutung davon. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, diesen Faktor ein halb wegzubekommen, indem wir rechnen mal 2. Und wir haben es geschafft. x ist gleich das Doppelte von dem Exponenten, dem wir der Basis 5 geben müssen, sodass 7 als Ergebnis rauskommt. So, das kannst du jetzt gerne so stehen lassen, weil weiter lässt sich das nicht vereinfachen. Wenn du aber gerne mit dem natürlichen Logarithmus arbeiten möchtest, mit dem ln, der Logarithmus zur Basis e, dann kannst du folgendes kleines Rechengesetz benutzen, und zwar, nimm einfach einen Bruch von 2 Logarithmen zur selben Basis. Es könnte jetzt jeweils, ähm, es könnte eine beliebige Basis sein, ne, Logarithmus Basis 2, Logarithmus Basis 10, Logarithmus zur Basis e, beispielsweise, der ln. Hauptsache, es ist die gleiche Basis. Und dann schreibst du einmal in die Klammer den, äh, Numerus, das ist was in der Klammer stand, und unten schreibst du, ähm, die Basis, also die alte Basis hier in den neuen Numerus rein. Das ist eine alternative Schreibweise und das folgt direkt aus einem der Rechengesetze für Logarithmen. Schau es dir gerne nochmal in dem Video dazu an. So, und das Ganze können wir hier unten natürlich auch machen. Ja, wir wollen, ähm, an den Exponenten von der Basis 5 ran, also nehmen wir den Logarithmus zur Basis 5. Ja, drinnen wir hier mal ab. Ja, wir suchen den Exponenten von der Basis 5. Und auf der linken Seite ist das gerade 1,5x. Und auf der rechten Seite wenden wir auch den Logarithmus zur Basis 5 an, also sprich, der Exponent, den wir der Basis 5 geben müssen, sodass die 3 bei rauskommt. So, und jetzt bringen wir noch die 1,5, also eliminieren wir sie, indem wir mal 2 rechnen, nach dem gleichen Prinzip wie oben, und wir haben das Doppelte vom 5er-Logarithmus von der Zahl 3. Also das Doppelte von dem Exponenten, den wir der Zahl 5 geben müssen, sodass 3 dabei rauskommt. So, und diese beiden x-Werte sind die Lösungen von unserer Exponentialgleichung. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.